Liebe Freunde der gepflegten Heimvernetzung, die neue Fritzbox 7590 AX gibt es zur Zeit in zwei verschiedenen Versionen. Das weiß ich aber auch erst seit dem 4. Juni 2021. Und das kam so. Mein erstes Unboxing zur 7590 AX mit ausführlicher Hardwarebeschreibung wurde am 4. Juni 2021 fertig und ging auch noch am gleichen Tage online. Da hatte meine 7590 AX noch eine große Ähnlichkeit zur alten 7590 AC plus N aus dem Jahre 2017. Nur wenige Stunden später, ebenfalls noch am Freitag, den 4. Juni 2021, haben die AVM-Experten Gordon Priebe, Leiter Pre-Sales Education, sowie Andreas Ziesnitz, Senior Product Manager auf dem offiziellen YouTube-Kanal von AVM, dann eine ganz andere 7590 AX vorgeführt. Diese neue neue 7590 AX ist offenbar dicker als meine alte neue 7590 AX. Außerdem hat die neueste neue von AVM an beiden Seiten Lüftungsschlitze, die meine erste Fritzbox 7590 AX in meinem ersten Unboxing-Video noch gar nicht hatte. Und sogar hinten hat die neue neue, jetzt offenbar größere Kühlflächen als mein vermeintlich brandneues Exemplar der 7590 AX. Was für ein Frust. Da stecke ich manntage in ein solches Video. Und dann war alles für die Cuts? Ich wollte mein vermeintlich falsches Unboxing-Video Numero 1 gleich wieder löschen. Doch dann haben sich immer mehr Käufer bei mir gemeldet, die offenbar genau die gleiche alte neue 7590 AX bekommen haben. Vor allem von Saturn und von Media Markt. Grund genug, mein altes Unboxing Numero 1 von der schlankeren 7590 AX nun doch nicht zu löschen. Des Rätsels Lösung kam vier Tage später, am 8. Juni 2021, in Form einer offiziellen Erklärung von AVM. Der Produktstart der Fritzbox 7590 AX erfolgte in einem modifizierten Gehäuse der 7590 AX. Die Leistungsmerkmale sind dabei von der Gehäuseform nicht beeinflusst. Aus logistischen Gründen erfolgt in Kürze eine Umstellung auf ein leicht größeres Gehäuse, wobei die Leistungsmerkmale gleich bleiben. Gleichzeitig wurde die Verpackung einem Refresh unterzogen, welches schrittweise auch bei weiteren Produkten eingeführt wird. Inzwischen habe ich eine neue, neue 7590 AX, die dickere, und kann Euch hier und heute also ein korrigiertes und aktualisiertes Unboxing Numero 2 präsentieren. Allerdings noch ohne die finale neue Verpackung, denn diese wird offenbar gerade noch gedruckt. Auch die neue, neue 7590 AX, die dickere, funkt WiFi 6 bis 2400 Megabit und holt das Internet per VDSL bis zu 300 Megabit aus der Kupferleitung. Sie hat noch immer große Ähnlichkeit mit der alten Fritzbox 7590 AC plus N. Ganz neu sind jedoch die seitlichen Lüftungsschlitze. Im Weiteren vergleiche ich die neue, neue 7590 AX rechts, jetzt nur noch mit der ganz alten 7590 AC plus N aus dem Jahre 2017 längs. Die alte 7590 AC plus N ist hinten knapp 5 cm hoch, mitsamt den Gummifüßen. Die neueste, neue 7590 AX ist hinten gut 6 cm hoch, Gummifüße mitgemessen. Durch diesen Höhenzuwachs hat sie genug Platz für Lüftungsschlitze rechts und linksaußen bekommen. Auch hinten sind die Kühlzonen größer geworden. Unten die alte 7590 AC plus N, oben die neueste, neue 7590 AX. Das größere Gehäuse der neuesten 7590 AX dürfte vor allem die passive Kühlung verbessern. Die vielen roten und grauen Lüftungsschlitze bei der neuen 7590 AX korrelieren mit ihrer höheren Leistungsaufnahme. Die neue zieht im Standby, also mit eingeschaltetem WLAN, aber kaum Datendurchsatz, etwa 11 Watt. Die alte 7590 von 2017 zieht im gleichen Modus etwa 9,9 Watt. AVM gibt die durchschnittliche Leistungsaufnahme der neuen 7590 AX mit 14 bis 16 Watt an. Das kommt hin. Beide Fritzboxen, die alte 7590 AC plus N und die neueste, neue 7590 AX, sind grob gesagt 25 cm breit und 19 cm tief. Genauer gesagt, die neue ist 4 mm breiter und auch ein bisschen tiefer. Die alte 7590 AC plus N wiegt 522 Gramm. Die neueste, neue 7590 AX bringt 574 Gramm auf meine Briefwaage. Der Zuwachs beträgt also 52 Gramm. Die wichtigsten Vorläufer der Fritzbox 7590 AX mit DSL-Modem waren übrigens links die rote AVM 7490 liegend, Marktstart 2013. Mittig die weiße AVM 7580, stehend, Marktstart 2016. Rechts die 7590 AC plus N liegend, Marktstart 2017. Alle drei sind für DSL-Anschlüsse geeignet. Die 7590 AC plus N bleibt vorerst nach wie vor lieferbar. Soviel zum ausseren Erscheinungsbild. Innerlich elektrisch funktional hat die neue 7590 AX fast alle guten Hard- und Software-Features von der alten 7590 AC plus N übernommen, nur eben ein stärkeres WLAN obendrauf gesetzt. Die bisherige WiFi 5 Box 7590 AC plus N ohne AX funkt brutto maximal 11 AC bis 4x433 sind gleich 1733 Megabit bei 5 GHz. Die neue 7590 AX kann ebenfalls 4x4 Stream 11 AC funkt aber zusätzlich 11 AX bis 4x600 sind gleich 2400 Megabit im 5 GHz Band. Natürlich nur, wenn auch geeignete WLAN 11 AX Endgeräte zur Verfügung stehen. Beide FRITZ!Boxen können zudem auf ältere WLAN-Gattungen herunterschalten, 11N, 11G, 11A Anschlüsse. Mal abgesehen vom WLAN-Fortschritt sind die restlichen Schnittstellen der beiden Boxen fast identisch. Unten liegt die alte WiFi 5 FRITZ!Box 7590 AC plus N. Ihre vier LAN-Buchsen wirken dunkelgelb-orange. Oben die neue WiFi 6 FRITZ!Box 7590 AX. Deren LAN-Ports wirken hellgelb. Der Rest der Buchsen schaut identisch aus. Die graue DSL-Buchse. Beide FRITZ!Boxen haben linksaußen eine graue DSL-Buchse. Hier wird das Internet zugeführt. Unten die alte WiFi 5 Box 7590, oben die neue WiFi 6 Box 7590 AX. Das in der 7590 AX verbaute Internet-Modem bedient alle in Zentraleuropa relevanten IP-basierten DSL-Anschlüsse. Von ADSL 2 Plus bis zu VDSL 2 Supervectoring Profil 35B. ADSL 2 Plus verspricht theoretisch bis zu 25 Mbps im Download. In der Praxis kommen maximal 16 Mbps. VDSL 2 35B verspricht bis zu 300 Mbps im Download und 50 Mbps im Upload. Wobei die meisten VDSL-Internet-Provider in der Praxis maximal 250 Mbps im Download und 40 Mbps im Upload anliefern koennen. Und das auch nur, wenn der graue Verteilerkasten der Telekom auf dem Buergersteig weniger als 300 Meter vom Haus des FRITZ!Box Users entfernt steht. Vier schwarze Telefon-Boxen. Beide FRITZ!Boxen haben vier schwarze Telefon-Boxen. Unten die alte WiFi 5 Box 7590 AC Plus N. Oben die neue WiFi 6 Box 7590 AX. Zwei kleine schwarze RJ11 Buchsen. Phon 1 und Phon 2 sind fuer hausinterne analoge Telefone gedacht. Eine groessere schwarze RJ45 Buchse, Phon S0, dient fuer hausinterne ISDN-Geraete. Beide FRITZ!Boxen haben rechts außen eine laengliche TAE-Buchse fuer analoges Telefon-, Fax- oder Anrufbeantworter. Unten die alte WiFi 5 Box 7590 AC Plus N. Oben die neue WiFi 6 Box 7590 AX. Die laengliche TAE-Buchse rechts außen bedient ebenfalls analoge Telefone. Natuerlich kann man auch analoge Faxgeräte und analoger Anrufbeantworter an die analogen Telefonie-Ports anschliessen. Nicht sichtbar ist die eingebaute DECT-Basis-Station fuer maximal sechs DECT-Hand-Telefone und fuer weitere DECT-Smart-Home-Geraete wie etwa Funk-Schalt-Steck-Dosen. Software-technisch werden alle Telefonanschluesse von einer komfortablen IP-Telefonanlage gesteuert. Zudem sind fünf digitale Anrufbeantworter in der 7590 AX verbaut. Sprachnachrichten koennen auch per E-Mail weitergeleitet werden. Das nennt man Voice-to-Mail. Daneben hat die 7590 AX ein digitales Faxgeraet. Eingegangene Faxe kann sie auf Wunsch als PDF per E-Mail weiterleiten. Das nennt man Fax-to-Mail. So kann man Sprach- und Fax-Nachrichten auch unterwegs per E-Mail empfangen, etwa auf dem Handy oder auf dem Tablet. Eine blaue Warnbuchse. Beide Fritzboxen haben hinten mittig eine blaue RJ45-Warn-Dose. Sie dient der Zuspielung von Internet-Signalen. Unten die alte Wife 5 Box 7590 AC Plus N, oben die neue Wife 6 Box 7590 AX. Warn steht für Wide Area Network, also großflächige Weitverkehrsverbindungen. Die blaue RJ45-Dose dient der Zuspielung von Internet-Signalen aus anderen Fritzboxen oder aus anderen Internet-Modems. Über diesen blauen Gigabit Warn-Port kann man die 7590 AX auch an LAN-Fähige LTE-Modems, Kabel-Modems oder Glasfaser-Modems anschliessen. Vier gelbe LAN-Buchsen. Beide Fritzboxen haben vier gelbe RJ45-Lan-Buchsen bis jeweils 1000 Megabit. LAN-Kabel-Connections. Unten die alte Wife 5 Box 7590 AC Plus N, oben die neue Wife 6 Box 7590 AX. LAN steht für Local Area Network, also für die lokale Nah-Vernetzung, in der Regel im eigenen Hause. Die vier gelben RJ45-Buchsen LAN 1 bis LAN 4 sind für 1000 Megabit LAN-Kabel-Connections gedacht. Wenn diese nur das Internet mit einer VDSL-Geschwindigkeit bis zu 250 Megabit in das Haus interne Kabelnetzwerk übergeben sollen, dann sind solche 1000 Megabit-Buchsen mehr als schnell genug. Wer jedoch schnelle Workstations, NAS-Speicher-PCs und Server mit 10 Gigabit LAN-Ports direkt an die Fritzbox anschließen will, hätte sich schnellere LAN-Ports gewünscht, zum Beispiel 2x2,5 Gigabit. Aber dann wäre die 7590 AX wohl teurer geworden und hätte auch mehr Strom benötigt. Ein schwarzer Strom-Eingang. Beide Fritzboxen haben rechts hinten eine schwarze Strom-Eingangs-Buchse. Unten die alte WiFi-5-Box 7590AC-N, oben die neue WiFi-6-Box 7590AX. Hier wird das mitgelieferte weiße Netzteil angeschlossen. Bei der Fritzbox 7590AC-N ist es ein Power-Supply 311-Pau-165 mit Output 12 Volt und 2,5 Ampere, also 30 Watt. Bei der neuen 7590AX ist es ein Power-Supply 311-Pau-190 mit Output 12 Volt und 3,5 Ampere, somit also 42 Watt. Zwei blaue USB 3.0-Buchsen. Beide Fritzboxen haben eine blaue USB 3.0-Buchse. Unten die alte WiFi-5-Box 7590AC-N, oben die neue WiFi-6-Box 7590AX. Beide Fritzboxen haben längs außen einen zweiten USB 3.0-Port für externe USB-Geräte, etwa Festplatten-Drucker oder LTE-Mobilfunk-Sticks. Unten die alte WiFi-5-Box 7590AC-N, oben die neue WiFi-6-Box 7590AX. Fünf LEDs und drei Taster. Beide Fritzboxen haben vorne fünf LEDs und drei Taster. Unten die alte WiFi-5-Box 7590AC-N, oben die neue WiFi-6-Box 7590AC. Die LEDs zeigen Betriebszustände an, aber auch eingegangene Sprachnachrichten. Man kann sie teilweise umprogrammieren oder ganz abschalten, falls das LED-Licht stören sollte, etwa in dunklen Räumen. Die Taster dienen der Auslösung von Koppelungsvorgängen, etwa mit WLAN-Endgeräten oder mit WLAN-Repeatern. Sie erlauben aber auch die Hardware-mäßige Schnellabschaltung des WLANs, etwa bei Dienstschluss oder vor dem Schlafengehen. Alle drei Taster haben einen knackigen Druckpunkt. Das wirkt bei der neuen 7590AX genauso ausgereift, wie schon bei der alten 7590AC-N. Laschen zur Wandmontage. Beide FRITZ!Boxen haben hinten zwei Laschen, für eine hängende Wandmontage. Normalerweise liegt die FRITZ!Box flach auf einem Tischregalschrank oder Sideboard. Funktechnisch kann es manchmal aber günstiger sein, sie an eine freie Stelle an der Wand zu montieren. In diesem Falle hängen die meisten Kabel dank Schwerkraft unten aus der Box heraus, was ebenfalls erwünscht sein kann. Im Internet findet man auch Drittlösungen für den Einbau der FRITZ!Box in professionelle IT-Racks und Server-Schränke. An meinen beiden Boxen beträgt der Abstand der Bohrlöcher 19,5 cm, bei der alten wie bei der neuen. Lieferumfang und Garantie. Die finale Schachtel der neuesten neuen 7590AX befindet sich offenbar gerade noch im Druck. Laut AVM wird sich folgender Lieferumfang darin befinden. FRITZ!Box 7590AX weiß-rot, Netzteil mit 1,5 Meter langem Kabel, weiß, 4 Meter langes DSL-Kabel, hellbeige, 1,5 Meter langes LAN-Kabel, weiß, Installationsanleitung, blau, sowie ein TAE zu RJ11-Adapter, schwarz. Die hier gezeigte Schachtel stammt noch von der alten neuen 7590AX. Die wird vermutlich irgendwann mal ausverkauft sein. Die Garantie bleibt bei 5 Jahren auf die Hardware. Falls AVM die bisherige Tradition fortführt, gibt es über viele Jahre hinweg auch viele kostenlose Software-Updates. Vergleich zur FRITZ!Box 7530AX, ebenfalls WiFi 6 und VDSL 300. Die FRITZ!Box 7530AX ist kleiner als die 7590AX und kostet 100 Euro weniger im UVP. Trotzdem verspricht auch die kleine 7530AX flottes VDSL bis 300 Megabit und WiFi 6 bis 1800 Megabit. Schon Ende 2020 hat AVM diesen ersten All-in-One-WLAN-6-Modem-Router für DSL in Form der kleineren FRITZ!Box 7530AX auf den Markt gebracht. Wer also kein USB 3.0, kein internes ISDN und auch kein 4x4 WiFi 6 braucht, dürfte mit dieser 3x3 Stream WiFi 6 Box bis 1800 Megabit bei 5 GHz ebenfalls gut zurechtkommen. Vergleich zur FRITZ!Box 6660 Cable ebenfalls mit WiFi 6, aber Kabel 1000. Schon im Februar 2020 hat AVM den ersten All-in-One-WLAN-6-Modem-Router überhaupt in Gestalt der FRITZ!Box 6660 Cable auf den Markt gebracht. Deren Modem ist jedoch nicht für DSL, sondern für Kabelkunden konzipiert. Deshalb zurück zu DSL. DSL-fähige FRITZ!Boxen wie 7530, 7530AX, 7590 oder 7590AX bekommen das Internet samt IP-Telefonie, meist aus den grauen Verteilerkästen der Deutschen Telekom, vom Bürgersteig her zugespielt. Auch Telekom-Leitungs-Reseller wie 1&1 nutzen diese großflächige Infrastruktur der Telekom. DSL-fähige FRITZ!Boxen werden oft mit DSL bis 16 Megabit oder mit VDSL bis 250 Megabit gespeist. Hier läuft das Internet per Glasfaser bis zum grauen Verteilerkasten am Bürgersteig. Von dort per Kupferkabel bis ins Haus. So werden die meisten DSL-WLAN-Router von AVM wie etwa 7530, 7530AX, 7590 oder 7590AX mit Internet versorgt. In den grauen Verteilerkästen der Deutschen Telekom steckte früher oft viel Siemens-Technik drin. Danach Technik von Nokia Siemens Networks, kurz NSN. Und heute kommt viel Technik von Art Tran aus den USA. Hier mal ein typischer VDSL-Verteilerkasten der Deutschen Telekom auf einem Bürgersteig in Mönchen. Kommen wir nun zum verbauten VDSL-Modem bis 300 Megabit. DSL steht für Digital Subscriber Line. VDSL für Very High Speed Digital Subscriber Line. VDSL ist eine aufgebohrte DSL-Technik, die wesentlich höhere Datenübertragungsraten über die weit verbreiteten Telefonkupferadern liefert. Das in die 7590AX verbaute DSL-Modem unterstützt auch VDSL Vectoring 17a bis 100 Megabit und VDSL Super Vectoring 35b bis 300 Megabit. Je kürzer das Kupferkabel vom grauen Verteilerkasten bis zum Haus, desto besser sind die realisierbaren Downstream-Raten pro Kupfer-Doppelader. VDSL 17a Vectoring schafft über Kupfer bis zu 100 Megabit, VDSL 35b Super Vectoring bis 300 Megabit und G-Fast mit VDSL-Koexistenz bis zu 600 Megabit. In der AVM 7590AX kommt auch VDSL 35b bis 300 Megabit zum Einsatz. VDSL gibt es von 1&1 bis Vodafone. In der Regel hängen DSL-Fritzboxen an DSL-Anschlüssen von Telekom 1&1, Vodafone O2 und vielen mehr. Ein Assistent hilft bei der Einrichtung des DSL-Anschlusses. Dieser bietet auch weniger bekannte und regionale Internetanbieter an. Die meisten liefern, wie gesagt, maximal VDSL bis 250 Megabit im Download und 40 Megabit im Upload. Diesen Speed kann die Fritzbox 7590AX mühelos über ihre 1000 Megabit LAN-Ports in das lokale Hausnetz übertragen oder eben mittels WLAN an WiFi-Endgeräte weiterfunken. Kommen wir nun zum WLAN-AX-Funk bis 2400 Megabit. In der Fritzbox 7590AX ist ein WiFi-6-Router mit 4x4 Multi-User MIMO. Im 11ax-Wifi-6-Modus verspricht sie WLAN-Brutto-Raten bis zu 1200 Megabit im 2,4 GHz Band und bis zu 2400 Megabit im 5 GHz Band. Im 11ax-Wifi-5-Modus kann sie bis zu 1733 Megabit im 5 GHz Band und im 11ax-Wifi-4-Modus bis zu 800 Megabit bei 2,4 GHz. Daneben ist der neue AX-Router auch zu älteren WLAN-Geräten kompatibel, die nach 802.11a und 11g funken. Das uralte 11b aus dem Jahre 2000 wird von AVM nicht mehr unterstützt. Das frisst wohl zu viel Airtime. Und vermutlich sind 11b WLAN-Geräte im Altbestand sowieso schon weitgehend ausgestorben. Will sagen, WLAN-11b braucht Anno 2021 fast niemand mehr. Die FRITZ!Box 7590 AX ist einzuordnen in Zeile 7, Spalte 4 Stream. Das heißt, im 5 GHz Band kann sie maximal 480 MHz breite Datenströme zu je 600,5 Megabit funken. Das macht zusammen 24002 Megabit, alles brutto. Daneben kann die 7590 AX aber auch zwei Ströme zu jeweils 160 MHz Kanalbreite funken. Also 2x1201 ist gleich 2002 Megabit. Das ist der gelbe Kasten, Spalte 2 Stream in Zeile 8. So viel zu WLAN. Kommen wir nun zur eingebauten DECT-Basis-Station für Telefonie und Smart Home. DECT steht für Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Frei übersetzt etwa digital verbesserte Schnurlostelefonie. DECT darf in der Europäischen Union von 1880 bis 1900 MHz funken, und zwar bis maximal 250 MW. Das gilt auch für die neue FRITZ!Box. Die 7590 AX hat, wie schon etliche Vorgänger, eine komplette DECT-Basis-Station mit Unterstützung für bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone, bis zu zehn schaltbare Steckdosen, etwa FRITZ! DECT 200 oder 210, sowie bis zu zwölf Heizkörperregler, etwa DECT 300 oder 301, oder das billigere Klon-Produkt namens COMET DECT. FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis-Station bieten schon seit Jahren Smart Home-Szenarien. Links etwa die Heizungssteuerung mit FRITZ!DECT 300. Mittig das intelligente Schalten von elektrischen Geräten und Messen des Energieverbrauchs, etwa mit FRITZ!DECT 200 oder FRITZ!DECT 210. Und rechts im Bild FRITZ!Phone DECT Funktelefone können als Fernbedienung für alle Smart Home-Geräte von AVM dienen. Die DECT-Steckdosen können die Stromzufuhr angeschlossener Geräte per Zeitschaltung steuern und den Energieverbrauch der Geräte messen. Die DECT-Heizkörperregler können die Raumtemperatur automatisch regeln und somit Energiekosten sparen. Diese Smart Home-Geräte lassen sich am Computer, Tablet oder Smartphone einrichten und bedienen, auch von unterwegs über das Internet. Natürlich arbeiten sie auch mit der neuen 7590 AX zusammen. Eine große Stärke aller FRITZ!Boxen und FRITZ!Repeater ist schon seit Jahren die sehr funktionsreiche und trotzdem immer noch bedienerfreundliche Router-Management-Software namens FRITZ!OS. Diese besprechen wir hier nicht näher zur Software-Einrichtung. Der 7590 AX plane ich ein eigenes Video. Hier waren gerade 7 WLAN-Endgeräte der Baujahre 2012 bis 2019, gleichzeitig mit der neuen FRITZ!Box 7590 AX aus dem Jahr 2021 verbunden. Ganz unten zwei 10 Gigabit NAS-Server von Buffalo und Synology. Die hängen an zwei LAN-1000-Ports der 7590 AX. Kommen wir zum Fazit. Das PRO. Die FRITZ!Box 7590 AX hat alle Vorzüge der alten 7590 AC plus N in die WiFi-6-Ära mitgenommen. VDS-L300-Modem, etliche Telefonanschlüsse, hausinternes ISDN, ein WLAN-1000-A-Anschluss, vier LAN-1000-Ports, zwei USB-3.0-Buchsen, eine DECT-Basisstation für sechs DECT-Schnurlostelefone und für viele Smart-Home-Geräte, gewohnt einfache Bedienung sowie schöne Betriebssoftware namens FRITZ!OS mit Mesh- und Netzwerk-Grafik. Wirklich neu ist der Sprung auf WiFi 6 bis 1200 Megabit bei 2,4 GHz und 2400 Megabit im 5 GHz Band. Pro Band werden vier Antennen aktiv. Letzteres sorgten im Test für eine gute WLAN-Reichweite. Das Contra. Power-User mit 10 Gigabit NAS und 10 Gigabit Workstations hätten sich über ein paar 2,5 Gigabit LAN-Ports gefreut, um einen Switch zu sparen. Aber das hätte Preis, Strombedarf und Wärmeentwicklung der 7590 AX nach oben getrieben. Wer maximal VDSL 250 im Hausnetz verteilen will, ist mit den 4 x 1000 Megabit LAN-Ports eh schon gut bedient. Ein UVP von 269 Euro wirkt auf mich für eine derart funktionsreiche All-in-One-Kommunikationszentrale recht moderat. Wer 100 Euro sparen will, bekommt mit der kleineren 7530 AX eine Alternative mit weniger Schnittstellen, aber ebenfalls 300 Megabit DSL-Modem, DECT-Telefonie und WiFi 6 bis 1800 Megabit. Kurzum, die neue Fritzbox 7590 AX hat alle Vorzüge von der 7590 AC Plus N übernommen, aber 4 x 4 WiFi 6 obendrauf gesetzt. Eure Meinung zur 7590 AX? Fragen? Anmerkungen? Bitte gerne in die Kommentarspalte. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.